Ich möchte gleich die Gelegenheit wahrnehmen, eure Aktion im Juni wird ganz sicher gemeinsam zu machen sein mit dem, was alle, die das europäische Bürgerbegehren unterstützen, im Juni aufmachen. Denn im Juni müssen wir doch alle mal ganz groß auffahren gegen die EU-Richtlinien und da machen wir ganz sicher dann alle was zusammen.